Der skeptische Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mistress Alexa. Hallihallo ihr da draußen, bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und uns haben letztes also ein, zwei Anfragen erreicht, warum denn Hoaxler nicht normal mehr laufen würde, nur diese ganzen Specials, es gibt andere Stimmen die finden die Specials sehr gut. Natürlich kommen im Moment jede Woche eine Special-Folge hinzu, aber es bleibt dabei, dass es zwei reguläre Folgen von Hoaxler im Monat gibt, deswegen soll es jetzt auch am 31. Mai, ein bisschen spät noch, aber zeitlich war es noch nicht anders möglich, die zweite Mai-Folge erscheinen. Hat das nicht auch schon inzwischen fast Tradition am letzten Tag des Monats? Und natürlich versuchen wir in unseren Themen immer wieder auch durchzumischen, sodass wir also die mystischen Themen und alle anderen Themen auch immer mal mitbehandeln. Und diese Folge wird, glaube ich, keine politische Folge und wir haben uns auch Verschwörungsmythen, kann man auch nicht zwingend sagen, sondern wir haben ganz was anderes mal wieder rausgesucht, weil wir auch mal wieder über etwas anderes reden wollen und die Hoffnung haben, dass ihr auch mal was anderes hören wollt in diesen Tagen. Und wir müssen allerdings noch vorab ganz kurz eine Richtigstellung machen und zwar zur Folge 249. Ja, es ging um einen Unfall auf einem Parkplatz, wo, wie man das halt so macht, ein Zettel hinterlassen wird und man sollte davon ausgehen, dass dieser Zettel dann die Adresse des Unfallfahrers enthält, aber auf diesem Zettel stand dann eben nur, ich muss jetzt hier was aufschreiben, weil man das halt so macht, weil so viele Leute drumherum stehen, aber eben nicht die Adresse, so dass der, das Unfallopfer sozusagen nicht den Unfallfahrer ermitteln konnte im Nachhinein. Und zu dieser Geschichte haben uns dann tatsächlich Leute gesagt und geschrieben, das sei ihnen, also nicht a friend of a friend of a friend, sondern ihnen persönlich tatsächlich so passiert. und insofern ist das dann natürlich auch ein realer Fall, der dann jeweils dahinter steckt und in diesem speziellen Fall keine Urban Legend oder keine moderne Sage. Und das Lustige ist, dass auch Rolf Helm-Bretnig in einem der Vorworte, meine ich sogar, zu einem seiner Bände darauf Bezug nimmt, dass er immer wieder auch Zuschriften von Leuten bekommt, ja Moment, Moment, da haben sie aber geschrieben, das sei eine moderne Sage, aber mir ist das tatsächlich genau so passiert oder so ähnlich so passiert. Und Herr Bretnig sagt dann immer, das ist schön und gut und diese Leute haben dann natürlich auch so das Gefühl, dass sie dann den Erforscher der modernen Sagen ja dabei erwischt haben, wie er etwas verbreitet, was eben keine moderne Sage ist. Aber dass solche Geschichten als moderne Sagen erzählt werden, heißt natürlich nicht, dass ähnliche Fälle auch mal in der Realität auftauchen können. Ich glaube, wir hatten sowas mal mit einer Spinne, die tatsächlich in dem Supermarkt aus irgendeiner Box entkommen ist und da musste der Supermarkt geschlossen werden. Also auch, weil in diesen modernen Sagen eben manchmal noch eine Schippe draufgelegt wird und die Geschichte dann eben nicht war, es heißt das nicht, dass so ähnliche Begebenheiten nicht in der Realität passieren können. Zumal einer derjenigen, die uns da angesprochen hat, auch meinte, man weiß ja auch nicht, ob dann nicht hinterher Leute diese moderne Sage gekannt haben und sich dann eben gedacht haben in der entsprechenden Situation, ach, dann verfahre ich eben mal so. Also auch das ist grundsätzlich nicht auszuschließen, im Einzelfall wahrscheinlich schwer zu ermitteln, aber solche Dinge passieren eben. Ich finde es kurios und schön und vielen, vielen Dank für die Einsendung. Genau, also auch das nehmen wir dann wahr und wenn wir es dann schaffen, auch daran zu denken, wenn wir dann aufnehmen, dann werden wir natürlich auch darüber in der Sendung berichten. Natürlich wollen wir uns nicht davon abhalten lassen, auch zum 253. Mal eine Story der Woche zu erzählen und Alexa hat da natürlich wieder etwas herausgesucht und das hören wir uns jetzt mal an. Keine Zettel und Parkplätze diesmal, aber was anderes Nettes. Also wenn ich mir mal Filme anschaue, was ja durchaus öfter mal vorkommt, dann sind es meistens nicht unbedingt Horrorfilme. Sollte ich mir vielleicht aber nochmal überlegen, weil es nämlich eine Studie gibt, die belegt, dass man sich durch das Anschauen von Horrorfilmen vor Übergewicht schützen kann. Also Schreckmomente, erhöhter Kalorienverbrauch, schützt vor Übergewicht und ist genauso gut wie Sport. Das wäre es doch mal eine Aussage. Also das wäre ja irgendwie nicht schlecht, wenn das so funktionieren würde. Dann könnte ich mir die ganze Kalorienzählerei sparen. Ich bin ja ziemlich skeptisch, aber gut, das schauen wir uns dann am Ende der Sendung mal an. Und ich weiß aber nicht, ob ich dann eher durch die nicht durchschlafenden Nächte mehr Schaden leiden würde. Ja, das steht natürlich auf dem anderen Blatt. Ich bin da ja mehr so ein Schisser, was das Thema angeht. Klären wir dann natürlich am Ende der Sendung auf. Thema der Woche Ja, heute soll es um das Thema Haie gehen. Das haben wir uns mal angeschaut und ich bin tatsächlich darüber gestolpert, als ich eine Zeitungsmeldung gesehen habe im Internet, die mich darüber informiert hat, dass es jetzt bewiesen sei, dass es Haie gibt, die mehrere hundert Jahre alt sind. Das werden wir nachher noch auch besprechen hier im Thema der Woche. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich ganz spannend. Was gibt es denn eigentlich alles so zum Thema Haie und Haifische? Vielleicht an falschen Vorstellungen und an Informationen, die wir mal raussuchen können, um daraus eine Sendung zu stricken. Natürlich waren wir dann sehr schnell, auch durch dich Alexa, bei dem Film Der weiße Hai. Jetzt sind wir wieder bei Horrorfilmen. Genau, das ist übrigens ein Horrorfilm, den ich mir durchaus angeguckt habe. Ja, wobei, ist das wirklich ein Horrorfilm oder ist das ein Thriller? Man weiß es nicht. Naja, fand ich damals, also ich habe den echt als Teenager irgendwie gesehen, da fand ich den schon sehr horrormäßig. Aber du hast recht. Ist jetzt eine Frage für Film-Buffs, die das vielleicht beantworten können, was für ein Genre das ist. Ja, auf alle Fälle ein wegweisender Film, sehr, sehr erfolgreich. Aus meinem Baujahr 1975 ist der Film erschienen, von Steven Spielberg damals gedreht. Und es geht natürlich für all diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, also der englische Titel Jaws im Deutschen, dann schon deutlich griffiger, der weiße Hai, um einen weißen Hai, der an einem fiktiven Badestrand für Terror sorgt. Ja, genau, der Menschen gezielt terrorisiert und sich auch nicht so einfach jagen lässt. Das Ganze beruht auf einer Romanvorlage von Peter Banschley. Und es ist jetzt die Frage, was den Romanautor, was Peter Banschley zu dieser Story inspiriert hat. Und da gibt es durchaus unterschiedliche Aussagen. Man liest ganz, ganz häufig, ich glaube auch im deutschen Wikipedia-Artikel zum Film zum Beispiel, dass es Hai-Attacken sind, die tatsächlich stattgefunden haben. Und zwar an der US-Ostküste im Jahr 1916, die als sozusagen wahrer Kern der Geschichte Banschley die Idee geliefert haben für die Buchstory. Und das ist so das erste nicht ganz Korrekte, was wir vielleicht mal aufräumen können tatsächlich. Denn das findet man sehr, 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 sehr häufig. Diese Geschichten, das ist also auf den Ereignissen des Jahres 1916 beruht. Aber Banschley selber hat immer oder hat es zumindest später sehr explizit bestritten und hat dann gesagt, nein, das stimmt gar nicht. Sondern fangen wir vielleicht mal so rum an. Oder sollen wir erst beschreiben, was noch aus 1916 stattgefunden hat? Ja, wir können ja mal vielleicht doch auf die Ereignisse eingehen, damit wir die Hörer nicht länger auf die Folter spannen. Also Banschley hat gesagt, nee, das war nicht meine Inspiration. Die New York Times 2001 hatte das aber geschrieben. Und Banschley hat dann eben später gesagt, nee, das habt ihr nicht so ganz richtig dargestellt. Und dann hat die New York Times auch eine Richtigstellung gebracht. Kurz um, die Ereignisse werden sogar im Film, in der Verfilmung des Romans erwähnt und haben auch tatsächlich stattgefunden und waren also tatsächlich bedrohlich. Vielleicht habt ihr jetzt gerade wieder den Kater im Hintergrund heulen hören. Kein Hai, sondern der Kater. Sondern der Kater geht auf Haijagd, der Kater. Komm hierher. Und wenn man das so liest, was da 1916 passiert ist, dieser Kater, dann kriegt man, obwohl wir heute sehr viel mehr wissen über Hai und auch über ihr Verhalten und die Gefährlichkeit für Menschen, ist natürlich wirklich eine bedrohliche Geschichte. Und zwar geht es um eine Hai-Attacke oder vielmehr um mehrere Hai-Attacke, die in der Küstenregion von New Jersey stattgefunden haben. Und das ist wirklich außergewöhnlich, eine Attacke, die auch im Landesinneren am Fluss stattgefunden hat. Mottovan Creek. Und diese Hai-Attacken haben jüngere Menschen, fitte Schwimmer sozusagen erwischt. Und die Opfer sind also nicht auf See verschwunden, also irgendwie auf eine See gezogen worden, sondern sind verblutet und man hat noch versucht, sie zu retten, aber das war dann eben nicht mehr möglich. Es handelt sich nämlich dabei bei dem ersten Opfer um den 25-jährigen Sohn eines Geschäftsmanns aus Philadelphia namens Charles Vincent. Und der ging schwimmen am 1. Juli 1916 an besagter Stelle am Jersey Shore und wurde da tatsächlich von einem Hai gebissen, am Bein schwer verletzt. Und man hat ihn dann noch an Land geholt, aber er ist an den Wunden dann verblutet. Dann hat es fünf Tage gedauert. Man war dann auf 45 Meilen entfernt von der ersten Stelle, nämlich an dem Ort Spring Lake in New Jersey. Und da gab es dann einen Menschen namens Charles Bruder, der als Bellhop, also so als Portiers-Junge, wäre das die Übersetzung, Bellhop, Alexa, ich gucke dich schon an. Ja, also genau, als Kofferträger, Bellhop, so ein bisschen so ein Mädchen für alles früher. Ich muss gerade an den Jerry-Lewis-Film denken. Genau. Und der wurde eben auch attackiert. Dem sind tatsächlich dann beide Beine abgebissen worden, so wird es beschrieben. Das ist natürlich auch nicht sonderlich nett. Und auch der ist an den Wunden am Ende verblutet. Der nächste Angriff erfolgte am 12. Juli. Und das ist jetzt die Besonderheit, die hatten wir am Anfang schon erwähnt. An einem Fluss am Mottawan Creek. Und das Opfer war ein elf Jahre alter Mitarbeiter einer Korbfabrik, der frei bekommen hatte, weil es ein besonders heißer Tag war und mit ein paar Freunden halt an diesem Fluss zum Baden gehen durfte, um sich ein bisschen abzukühlen. Und während er da schwamm, wurde er tatsächlich am Bauch gepackt von einem Tier und unter Wasser gezogen, konnte dann noch mal kurz auftauchen und hat einen natürlich Schrei ausgestoßen, einen schrecklichen, den auch die anderen natürlich gehört haben und wurde dann wieder unter Wasser gezogen. Die anderen Jungs sind dann losgelaufen, um Hilfe zu holen und haben auch tatsächlich einen Schneider gefunden, der ihn da zur Hilfe eilen wollte, den 24-jährigen Stanley Fischer, der zusammen mit anderen Stadtbewohnern dann eben zur Hilfe geeilt ist. Und der ist tatsächlich mit einem Ruderboot dann auf den Fluss hinaus gerudert und hat versucht, den Jungen zu finden. Und man hat dann relativ schnell festgestellt, dass der Junge wohl schon tot ist, aber hat dann natürlich versucht, seine Leiche zu bergen und hat diese Leiche auch gefunden. Fischer ist dann ins Wasser gesprungen und tatsächlich bei dem Versuch, den Körper dieses Elfjährigen zu bergen, selber noch mal angegriffen worden. Und man hat dann ihn auch sozusagen an Land gezogen oder ins Boot gezogen und später ist auch Fischer leider an dieser Wunde, die er davon getragen hat, verstorben. Das war dann also schon das vierte Opfer und dann noch mal eine halbe Stunde nach der Attacke auf den Herrn Fischer wurde dann noch mal der zwölf Jahre alte Joseph Dunn attackiert, nämlich an der Mündung des Mattawin Creek. Und dieser Junge hat dann aber diese Attacke überlebt. Was darauf folgte, war ja eine Frenzy, also schon fast so eine wilde Jagd. Ja, man hat überhaupt erst mal überlegt, was kann denn das für ein Tier gewesen sein, was diese Angriffe oder dem man diese Angriffe in die Schuhe schieben konnte. Man hat eigentlich nicht damit gerechnet, dass es ein Hai war, weil Haie als erstes Mal Tiere galten, die sowieso nicht in Küstennähe auftauchen und die dann aber auch gar nicht menschengefährlich werden können. Es gab natürlich auch historische Berichte über Haiangriffe, aber die hat man dann eher so dem Seemannsgarn zugeschrieben und gar nicht wirklich ernst genommen. Also man hat Meeresschildkröten, Killerwale dann herangezogen als Erklärung und man hatte, wir befinden uns im Ersten Weltkrieg, sogar die Vorstellung, dass wenn es dann ein Hai gewesen ist, dass es vielleicht einer gewesen ist, der von den Deutschen dazu ausgebildet worden war, den U-Booten zu folgen und dann eben die badenden Amerikaner anzugreifen. Also auch diesen Verschwörungsmythos, kann man fast sagen, gab es dann zu der Zeit. Genau. Also es gab wirklich eine Aufruhr, ich habe es gerade schon beschrieben, also nachdem man dann aber festgestellt hat, dass es sich wohl doch um ein Hai gehandelt hat. Vermutungen gingen dann auch relativ schnell in Richtung eines weißen Hais und man hat dann mit Dynamitstangen, Gewehren oder auch dann mit Spießen, Stöcken, was auch immer, Hai gejagt. Es wurden 100 Dollar Belohnung ausgesetzt, zur damaligen Zeit eine große Summe Geld und am Ende hat man dann tatsächlich einen Haifisch auch erlegt, ein Michael Schleißer war das und der hat ihn mit einem Ruder so lange auf den Kopf geschlagen, bis er sich nicht mehr bewegt hat. Also der Hai hatte sich in einem Netz, in einem Schleppnetz verfangen vorher und das hat Schleißer gesehen und hat dann angefangen so mit dem kaputten Ruder. Ihn kaputt zu töten und als er ihn dann an Land gezogen hatte, hat er ihn aufgebrochen, den Haifisch und hat, so wird es berichtet, menschliche Knochen im Inneren des Hais gefunden und dann wurde der Kopf bzw. der Kiefer des Hais ausgestellt gegen Eintritt und damit war sozusagen der Killer des Jahres 1916 identifiziert. Es fanden dann auch zunächst mal keine weiteren Attacken mehr statt und hier findet man immer, immer wieder mal genau die angebliche Vorlage zu dem Roman Jaws von Herrn Benchley, der dann, aber du hast es ja schon gesagt, gesagt, nee, das ist es eigentlich gar nicht, sondern Benchley hat eine ganz andere Geschichte vor Augen gehabt, als er den Roman geschrieben hat. Vielleicht noch ganz kurz zu dieser 1916er Geschichte, wie gehen wir mit solchen Geschichten um und wie kann man überhaupt versuchen, da Licht ins Dunkel zu bringen, weil selbst heute noch manche Fragen offen sind, also einmal, was für eine Hai-Art ist es gewesen überhaupt, war es nur ein Hai oder waren es mehrere und das ist wahnsinnig schwer, überhaupt diesen Fall rekonstruieren zu können, jetzt mehr als 100 Jahre später, weil wir eigentlich alles, was wir wissen, aus zeitgenössischen Zeitungsartikeln wissen und es gab zwar auch damals Hai-Experten, die sich zu Wort gemeldet haben, die sich wirklich auch relativ gut auskannten und die dann so Überlegungen angestellt haben, aber die Hai-Forschung ist wohl heute doch tatsächlich weiter. Also heute könnte man wahrscheinlich solche Unfälle besser rekonstruieren und da sozusagen auch mehr Licht ins Dunkel bringen, was das Verhalten der Haie angeht. Es ist zu vermuten, dass es unter Umständen mehr als ein Hai gewesen ist und dass es vor allen Dingen kein weißer Hai gewesen ist, denn zumal diese Attacke oder eine der Attacken an einem Fluss stattgefunden hat oder in einem Fluss stattgefunden hat, würde eigentlich eher für so eine Attacke ein Bullenhai in Frage kommen. Also das sind so alles so Unwägbarkeiten und Fragen, die wahrscheinlich nie zu 100 Prozent beantwortet werden können. Also es scheint, das kann man aber sagen, durchaus sich um Hai-Attacken gehandelt zu haben. Dazu passt auch das Muster, auch der Verletzungen, was man gefunden hat. Aber tatsächlich, du sagst es schon durch den Umstand, dass es ja auch innerhalb eines Flusses stattgefunden hat. Das heißt, wir befinden uns dann im Süßwasser und nicht mehr im Salzwasser des Ozeans. Da gibt es eigentlich, zumindest allen Berichten nach, keine weißen Haie, weil die sich im Süßwasser nicht wohlfühlen oder vielleicht sogar gar nicht existieren können, sondern eher Bullenhaie, die tatsächlich sowohl im Ozean als auch in Flüssen zu finden sind und die auch mit beiden Lebensbedingungen tatsächlich klarkommen. Also insofern da die Vermutung, dass es auch eher, wenn vermutlich ein Bullenhai gewesen ist. Ja, Peter Benschley selber, ich habe es gerade schon angerissen, sagt, dass er eine andere Inspiration für seinen Roman hatte. Nämlich, als er einen Artikel gelesen hat über einen Fischer namens Frank Mundus, der hat 1964 einen sehr, sehr großen weißen Hai harponiert. Und dann wurde darüber berichtet, es gibt dann auch ein Foto, wir werden entsprechende Artikel euch verlinken. Und da sieht man, dass der von dem Herrn Mundus erlegte weiße Hai, ja im Prinzip, also er kann seinen Kopf oder quasi seinen ganzen Oberkörper, glaube ich, sehr entspannt in dieses Maul dieses weißen Hais reinstecken, der Frank Mundus. Und das ist eigentlich die Inspiration gewesen für die Geschichte, inwieweit dann die Geschichten aus dem Jahr 1916 Benschley auch bekannt waren. Das sei mal dahingestellt. Er selber hat in einem Interview gesagt, dass er natürlich von Hai-Attacken weltweit gelesen hat und diese einzelnen Hai-Attacken dann in seinem Roman in eine Geschichte zusammen kondensiert hat. Und Steven Spielberg dann als Regisseur, mit dem er zusammengearbeitet hat, das nochmal weiter verdichtet hat, um daraus einen Film zu machen. Und Benschley hat tatsächlich den Frank Mundus auch mal begleitet, wiederholt. Das heißt also, er war sozusagen mit dabei, als Frank Mundus Haie gejagt hat. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle schon mal darauf hinweisen, dass sowohl Peter Benschley als auch Frank Mundus in den späteren Jahren sozusagen von Hai-Pessimisten und Hai-Jägern zu Hai-Schützern mutiert sind und sich dann sehr dafür eingesetzt haben, sozusagen das Bild, das sie eventuell auch selber mitbefeuert haben, wieder gerade zu rücken. Also gerade Peter Benschley war sich dann doch hinterher dessen bewusst, was er da sozusagen mit dem öffentlichen Bild des Hais in der Gesellschaft angerichtet haben könnte und hat dann hinterher einiges dafür getan, um das wieder gut zu machen. Also das sozusagen die erste, ja, ich weiß gar nicht, ich schaue mich immer Mythen zu sagen, weil wir immer so viel Wert darauf legen. Missverständnis. Missverständnis, das ist ein schönes Wort. Das erste Missverständnis rund um den Film Jaws, das wir mal aufräumen können. Vielleicht generell zum Thema weiße Haie einmal vorab. Die Gefährlichkeit von weißen Haien ist nach dem Film in den End-70er, Anfang der 80er Jahre deutlich überschätzt worden. Es war ja fast eine Hysterie. Man hatte also wirklich Angst ohne Ende vorm weißen Hai. Und das kam ja auch nicht von ungefähr, weil der Film und das Buch, also der Film wahrscheinlich noch mehr, weil er einfach bekannter geworden ist als das Buch, so mit einer Urangst des Menschen spielt. Also dieses Ausgeliefertsein, was die Natur angeht, sozusagen nicht mehr das oberste Raubtier zu sein, sondern in der Nahrungskette eben weiter unten zu stehen. Und ich weiß noch, dass, als ich den Film gesehen habe, mich eigentlich gar nicht so sehr die Szenen am Strand fertig gemacht haben, sondern dieses Draußen-auf-dem-Wasser-Sein völlig alleine und auf sich gestellt und dann eben sozusagen im Widerstreit mit diesem riesigen Tier, was da sozusagen auf Mord und Totschlag aus ist. Und das fand ich ja besonders beeindruckend. Das hat mich damals schon in der Moby Dick-Verfilmung, die ich als Kind gesehen habe, so fasziniert. Dieses ganz weit draußen auf See sein, völlig alleine und dann eben direkt konfrontiert mit diesen riesigen Tieren. Vielleicht können wir mal etwas, man hat dann spät, aber dann doch irgendwann angefangen, auch sehr intensiv zu forschen. So ab den 90er Jahren spätestens hat die Forschung, auch gerade was den weißen Hai angeht, noch mal ordentlich angezogen. Man hat sich das angeschaut. Zunächst mal in den 70er Jahren, dadurch, dass Robben auch und See-Elefanten vor der amerikanischen Westküste gejagt worden sind ohne Ende und quasi vor der Ausratung stunden. Und das sind ja die primären Futtertiere von weißen Haien. Gab es auch kaum weiße Haie? Dann hat man angefangen, Robben, See-Elefanten unter Naturschutz zu stellen. Hat gesagt, die dürfen nicht aussterben. Die Populationen sind gewachsen. Dementsprechend sind natürlich die natürlichen Jäger auch wieder angewachsen. Es gab dann mehr weiße Haie. Ergo gab es mehr Hai-Attacken. Ich benutze jetzt mal das Wort. Interessant, es scheint es allerdings zu sein, so wie sich die heutige Forschung darstellt, dass bei nahezu allen diesen Attacken die Haie die Menschen gar nicht gefressen haben. Das klingt jetzt so. Sondern tatsächlich ist es so, dass ein Haifisch oder der weiße Hai, ich wollte es gerade nochmal präzisieren, im Grunde genommen dadurch jagt, dass er eine Robbe von unten betrachtet, die oben am Wasser an der Oberfläche schwimmt, identifiziert und dann einmal feste zubeißt. Damit fügt er dann dem Opfertier eine schwere Wunde zu. Das Opfertier verblutet im Grunde genommen und stirbt und kann dann gefressen werden. Und der Mensch, gerade auch diese Geschichte mit den Surfbrettern, das scheint durchaus tatsächlich so zu sein, sieht von unten in der Silhouette einer Robbe zum Beispiel sehr ähnlich. Und auch hier kommt es dann dazu, dass der Hai zubeißt, aber quasi im Zubeißen schon feststellen kann, dass das gar nicht seine Beute ist. Es nützt nur halt nichts, weil ein Biss von einem sehr großen weißen Hai in der Regel zu extrem schweren Wunden führt. Und dann im Zweifelsfall man auch stirbt auf hoher See, weil man natürlich die Blutung nicht stoppen kann. Oder auch Organe oder eben auch Gefäße so verletzt sind, dass man nicht mehr gerettet werden kann. Also eher unglücklich. Also Menschen sind eigentlich zu knochig und wenig kalorisch wertvoll für Haie. Genau, nicht fett genug im Grunde genommen. Und viele andere Haieattacken, die dann eher so in Hüfttiefem Wasser passieren, auch von anderen Haien, da Bullenhaie auch insbesondere wieder. Das ist mitunter auch einfach so, dass dann das Wasser undeutlich ist oder der Haifisch auch mal gucken will, was ist denn da. Und tatsächlich mit der Schnauze quasi arbeitet, auch um Dinge zu entdecken. Und auch das führt natürlich zu schweren Verletzungen. Also insofern... Man sagt auch gemeinhin, wenn das Wasser sehr unruhig ist oder sehr trübe ist, sollte man als Schwimmer lieber nicht ins Wasser gehen, wenn man weiß, dass sich in dem Gebiet Haie unter Umständen aufhalten können. Weil wenn die Haie eben nicht richtig sehen und einschätzen können, ist unter Umständen doch mal zu einem Unfall kommen kann. Das Ende von all dem, was wir hier gerade gesagt haben und das Fazit, was man ziehen kann, ist, der Mensch steht definitiv gar nicht auf der Speisekarte von Haien, weder vom weißen Hai noch von anderen Haifischen. Es sind aber Raubtiere. Insofern darf man sich keine Illusionen machen, dass es natürlich gefährliche Tiere sind. Aber die Vorstellung, dass der weiße Hai als Fressmaschine alles das frisst, was ihm vor die Schnauze kommt und dann auch gerne mal einen Menschen mitfrisst, ist eben nicht korrekt. Nichtsdestoweniger sind natürlich die Berichte von Menschen, die von einem weißen Hai irrtümlicherweise vielleicht attackiert worden sind, sehr, sehr beängstigend. Und auch die riesigen Wunden, die so ein Haifisch mit seinem Gebiss reißen kann, sind natürlich absolut erschreckend, sodass man es nicht kleinreden darf. Aber die sinistre Intention, die auch insbesondere nach dem Film Jaws dem weißen Hai entgegengebracht wurde, die ist halt falsch, das muss man einfach mal sagen. Ja, im Grunde genommen erleiden Haie ein ähnliches Schicksal wie Wölfe und Bären, die einfach sozusagen sich mit uns ihren Lebensraum teilen müssen, unter Umständen dann einfach uns Menschen zu nahe kommen oder wir vielmehr ihnen zu nahe kommen und dann passieren eben mitunter mal schlimme Dinge und schon hat das Tier seinen Ruf weg und wird gejagt. Also auch das ist eben im Falle der Haie wirklich sehr, sehr erschreckend ausgegangen, weil Haie wirklich geschützt werden müssen und auch wirklich auch unter Umständen, die wir gleich noch näher beleuchten werden, überjagt werden oder überfischt werden. Das ist natürlich eine sehr, sehr bedrogniserregende Entwicklung und man muss, und das tun jetzt inzwischen ja sehr, sehr viele Organisationen, Haie wirklich schützen. Ja, das ist halt immer das Problem, wenn man gemeinsam mit einem Tier im Grunde genommen die Spitze der Nahrungskette isst und gerade beim Haifisch kommt ja dann noch hinzu, dass er als Delikatesse in der einen oder anderen Kultur gilt. Also so Haifischflossensuppe ist ja sehr, sehr beliebt und was daher passiert ist ja, dass die Haifische gefangen werden und dann tatsächlich zum Teil ja auch nur die Flossen abgeschnitten werden und die Tiere dann ins Wasser geworfen werden und ohne eben die Flossen, die für ihre Fähigkeit zu schwimmen und zu jagen und zu überleben relevant sind, dann einfach elendig verenden. Das ist halt einfach auch nicht schön, aber eine Realität und insofern ist dann der Mensch dem Hai im Grunde genommen oder der Mensch ist für den Hai viel gefährlicher, als es andersrum wäre. Das kann man, glaube ich, mal auch festhalten an der Stelle. Von dem Bogen und der Geschichte rund um den Film Der weiße Hai Jaws mal weggehend, kommen wir mal zu dem, was ich schon eingangs gesagt habe, nämlich die Frage Haifische, die mehrere hundert Jahre alt werden. Das geistert immer mal wieder durch die Timelines oder durch irgendwelche Artikel, die man liest und ich habe dann tatsächlich einen Artikel gelesen, dass der älteste Hai 400 Jahre alt gewesen sei. Und da habe ich gedacht, boah, das ist ja spannend und habe dann mal angefangen zu lesen und habe ein bisschen recherchiert und habe dann so ein bisschen widersprüchliche Informationen gefunden. Da ging es dann von 252 Jahre, was immer noch sehr beachtlich ist, bis zu 512 Jahre Alter von Haifischen. Und dann habe ich gedacht, was ist denn dahinter? Und wir haben dann mal tatsächlich bei der Seite Snopes, die wir ja schon immer mal wieder herangezogen haben, mal nachgeschaut und die haben das sehr schön aufbereitet. Also tatsächlich muss man sagen oder kann sagen, ja, man hat ein Hai gefunden, bei dem man über eine Radiokarbon-Analyse, was man da genau gemacht hat, beschreibe ich gleich noch mal, ein Alter von 392 Jahren mit einer Schwankungsbreite, das ist jetzt das Richtige dabei, von 120 Jahren festgestellt hat. Das heißt also 272, das untere Alter oder wenn man dann eben die 120 Jahre draufrechnet, 512 Jahre. So, jetzt gehen natürlich… Das ist die Zahl, die ganz viel durch die Medien geisterte. Die Journalisten her und rechnen dann natürlich das höchste maximale Alter aus und sagen dann 512 Jahre alt, aber tatsächlich ist eben diese Schwankungsbreite relevant. Was aber nicht heißt, dass es nicht tatsächlich auch Haifische geben kann, die 500 Jahre alt werden. Jetzt muss man erstmal präzisierend dazu sagen, um was für eine Haigattung handelt es sich. Es ist nämlich hier nicht der weiße Hai. Da geht man immerhin auch von einem Alter von knapp um die 100 Jahre aus, der Haifisch werden kann, was auch, wie ich finde, echt beachtlich ist, sondern hier geht es um den Grönlandhai. Und das Besondere am Grönlandhai ist, dass die Anlage innerhalb des Auges verkapselt wird, sich nicht mehr verstoffwechselt wird. Das ist also quasi in dem Moment, wo die Haie anfangen zu wachsen, kann man eben diesen Teil des Augengewebes nehmen, der sich dann nicht mehr verändert. Und der wird eingeschlossen und man kann anhand dieses bestimmten Teils des Augengewebes eine Radiokarbonanalyse oder eine Karbonisotopenanalyse. Genau, also National Geographic beschreibt das so, warum man also wirklich diese Radiokarbonmethode bei der Augenlinse angewendet hat. Ihr Kern wird im Embryonalstadium gebildet und setzt sich aus kristallinen Proteinen zusammen, die sich im weiteren Leben nicht mehr verändern. Also das macht es eigentlich als gutes Untersuchungsobjekt und Altersbestimmungsobjekt aus. Genau, und man hat eine ganze Reihe von diesen Grönlandhaien dann untersucht. Insgesamt waren es 28 weibliche Grönlandhaie, die man, nachdem sie gefangen waren oder verstorben waren, untersucht hat und hat dann eben tatsächlich im Maximum festgestellt, dass sie bis zu 392 minus 120, also im wenigsten Fall 272 Jahre alt geworden sind. Und das ist, finde ich, sehr, sehr erstaunlich. Man geht davon aus, dass große Knorpelfische generell recht alt werden, weil sie auch sehr langsam wachsen. Aber dieses Alter ist durchaus eindrucksvoll. Insofern kann man wissenschaftlich sicher zumindest behaupten, dass es einen Grönlandhai gegeben hat, der mindestens 272 Jahre alt geworden ist. Das ist, wenn man jetzt mal den mittleren Wert knapp 400 Jahre mal nehmen würde und das mal rückwärts rechnen würde, dann wären wir im Jahr 1620, wo so ein Fisch geboren wurde, um sich auch mal so eine Dimension mal vor Augen zu führen. Und selbst wenn wir sagen 250 Jahre zurück, dann wären wir irgendwo um 1780, 1790, irgendwas so da, so in der Zeit wird ein Tier geboren. Das ist schon recht beeindruckend, finde ich. Was das so alles gesehen hat, also im Meer, das Tier. Ja. Die nächste ... Genau, du hast eben schon das Stichwort Knorpelfisch erwähnt. Und um Knorpel geht es auch im nächsten Schwerpunkt unserer Hai-Folge. Und das ist eigentlich einer, der mich persönlich sehr erschreckt hat. Ich weiß gar nicht, warum, aber aus irgendwelchen Gründen war der völlig an mir vorbeigegangen. Vielen von euch wird es wahrscheinlich im Gegensatz zu mir bekannt sein. Die ständige Präsenz von Meldungen darüber, dass Haie keinen Krebs bekommen können und man deswegen Hai-Knorpel, ja, weiß ich auch nicht, Pulverextrakt, wie auch immer, zu sich nehmen kann, als Nahrungsergänzung, um sich gegen Krebs zu schützen. Und da, weiß ich auch nicht, da bin ich wirklich fast hinten übergefallen, ob der Absurdität beider Behauptungen, also zum einen, dass Haie keinen Krebs bekommen können und zum anderen, dass man eben mit Hai-Knorpel-Präparaten sich da irgendwie schützen könne. Ja, ich hatte das tatsächlich immer wieder gehört und es gab ja auch Zeiten, wo ich das selber geglaubt habe, wo ich auch selber gesagt habe, cool, Haie, 400 Millionen Jahre schon unterwegs, noch mehr Jahre gibt es schon Haifische und die gibt es so lange, weil die offensichtlich gar nicht Krebs bekommen können und deren Immunsystem, das müsste man nur verstehen, dann hätten wir auch Möglichkeiten, Krebs bei Menschen zu vermeiden. Ich habe allerdings das immer so in den Bereich der Forschung verladen, habe gesagt, man muss mal gucken, welche Genfaktoren da die Haifische schützen, Krebs zu bekommen. Ich habe dann später erst realisiert, dass es ja eben Hai-Knorpel als fast magisches Medikament gibt, also warum sollte Hai-Knorpel mich gegen Krebs schützen, das wäre ungefähr so, als wenn ich Michael Jordan fressen würde und dann gut Basketball spielen könnte, also das macht ja überhaupt keinen Sinn, diese Simile-Magie, die da wieder reininterpretiert wird, kennen wir aus der Homöopathie ja zum Beispiel auch, dass dann nur halt das ganz wenig davon hin hilfende Wirkung hat. Und um das mal einfach ganz klar zu sagen, Haie bekommen auch Krebs. Und es gibt auch Fotos, ich kann das nochmal verlinken, das hatte ich auch gefunden, sogar von einem weißen Hai, der einen Tumor außen am Maul hat, einen relativ großen Tumor. Es gab dann Stimmen, die lange Zeit gesagt haben, ja, aber die kriegen eben nicht am Knorpel Krebs, die kriegen nicht an den inneren Organen Krebs. Und natürlich muss man sagen, ist ja auch schwierig zu sehen, wenn so ein Haifisch an einem vorbeischwimmt im Ozean, ob der Krebs hat oder nicht. Aber die weitere Forschung und vor allen Dingen dann auch das dezidierte Suchen danach, hat dann schon belegt, dass es durchaus auch Knorpelkrebs bei Haien gibt und Haie da jetzt nicht im Wesentlichen komplett und total vor Krebs geschützt sind. Und also, wenn ihr in eine Suchmaschine Krebs und Haifische eingebt, werdet ihr zahllose Schlagzeilen auch heute noch finden, die das immer wieder behaupten. Das Geistert immer so durch die Gazetten durch. Und dann ist es ganz wichtig, dass man das einordnen kann, dass Haifische durchaus leider auch, also wie alle höheren Lebewesen, die wir insgesamt haben und kennen, der Gefahr ausgesetzt sind, an Krebs erkranken zu können. Unter Umständen haben die Krebserkrankungen bei Haien sogar auch zugenommen. Da müsste man dann halt wieder untersuchen, an welchen unter Umständen auch Umweltfaktoren das liegt. Also auf jeden Fall ist das ein interessantes Forschungsfeld. Aber eben dieses magische Denken, dass das Konsumieren von Haien oder Haipräparaten mich vor irgendeiner Krankheit schützt, ist natürlich vollkommener Quatsch. Also magisches Denken sollten wir in der Medizin bitte nicht haben. Und auch hier wieder natürlich dann, wenn man darüber nachdenkt, dass ähnlich wie bei Elfenbeinen oder also Nashorn-Elfenbeinen, was dann eben eine potenzsteigernde Wirkung haben soll, was natürlich auch an keiner Stelle bewiesen ist, auch hier wieder Haife gejagt werden, gefischt werden, um den Knorpel zu gewinnen. Das stimmt halt nicht. Und auch da kann man natürlich vermeiden, das Gleichgewicht der Natur zu stören dadurch, dass man wegen falscher Vorstellungen Jagd auf Tiere macht. Das macht halt einfach auch keinen Sinn. Leider ist es ja auch ganz viel bei Präparaten der sogenannten traditionellen chinesischen Medizin, so dass die Umweltschäden, die durch diese Präparate angerichtet werden, doch den medizinischen Nutzen bei weitem übersteigen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also auch da bitte Obacht und Finger weg. Vielleicht ein anderer Aspekt, den man eventuell gehört hat oder auch nicht, der aber tatsächlich ein Aspekt ist, wo wir von der Natur lernen können, ist die Haut von Haifisch. Man war lange Zeit, ich will nicht sagen überrascht, aber das war eine unbeantwortete Frage, warum Haifische so unglaublich schnell schwimmen können, auch bei ihrer Körpermasse. Weil man gesagt hat, eigentlich, so wie man, wenn man den nachbaut, den Haifisch und dann guckt, was hat der für einen Wasserwiderstand, hat man eben die Dinge nicht so beschleunigen können. Man hat dann begonnen, sich die Haut von Haifischen dezidierter anzuschauen und hat festgestellt, dass die Haut mit lauter kleinen Zähnen und Rillen übersehen ist. Im Grunde genommen, die alle, wenn man sich so einen dreieckigen Zahn so ein bisschen vorstellt, mit Rillen, das geht alles Richtung Schwanz bei den Haien. Also es ist komplett so in Richtung Schwanz ausgerichtet. Das ist übrigens auch relativ rau. Also wenn man gegen die, gegen diese Rillenrichtung einen Haifisch über die Haut streicht, kann man sich durchaus die Hand aufschürfen oder aufschneiden. Also einige Verletzungen nach Heilbegegnungen sind zum Teil auch wirklich so Schürf- oder Risswunden, die durch den Kontakt mit der Haifischhaut entstanden sind. Und was man eben festgestellt hat, ist, dass diese Rillen dazu führen, dass tatsächlich das Wasser schon fast auf Molekülebene sehr gut am Körper des Hais entlang geleitet wird, weil eben durch diese Rillen eine ganz große Oberfläche entsteht, an der das Wasser am Hai vorbeigeleitet wird. Und das senkt halt den Widerstand, den der Hai hat ungemein. Also diese Ripplets, diese Rillen und Zähnchen sozusagen, die sitzen auf den Schuppen drauf, sollten wir vielleicht noch erwähnen. Also natürlich hat ein Haifisch sozusagen auch diese Schuppenstruktur, aber eben obendrauf nochmal diese nach außen gewachsenen Zähne, kann man fast sagen. Ja, ein guter Hinweis, genau. Also klar, Schuppen wie alle Fische, aber eben ganz anders von ihrer Konstruktion. Und hier habe ich mich nochmal eingelesen, wir haben nochmal Quellen rausgesucht, Alexa und ich, und ich war der festen Auffassung, dass man das schon in der Luftfahrt einsetzt und damit schon Kerosin im großen Stile spart. Wir haben ja mal eine Quelle rausgesucht, die das ein bisschen differenzierter darstellt. Also grundsätzlich ja, damit kann man auch den Widerstand von Flugzeugen senken. Warum macht das Sinn? Weniger Luftwiderstand bedeutet weniger Kerosin, weniger Kerosin bedeutet weniger CO2. Das heißt, macht durchaus Sinn, ein Flugzeug zu designen, was also nicht nur vom grundsätzlichen Design weniger Luftwiderstand hat, sondern wenn man diese Ripplets, so wie sie im Englischen genannt werden, auch noch aufs Flugzeug aufbringen würde, könnte man den Luftwiderstand weiter senken. Ganz so einfach und ich hatte dann irgendwann auch mal Artikel gelesen, früher schon, dass es eben Folien jetzt gibt und dass die ganzen Airbusse zum Beispiel mit diesen Folien beklebt werden und dass man damit Tonnen von Kerosin sparen kann. Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Wobei Folien schon eine Rolle spielen, ne? Genau, die werden aufgebracht, aber so einfach, wenn man sich jetzt vorstellt, ich klebe mal das ganze Flugzeug voll und dann spare ich ganz viel Sprit, ganz so einfach ist es nicht, sondern hier muss offensichtlich sehr genau geschaut werden, dass die Strömungsverhältnisse an den Stellen, wo diese Folien mit diesen nachgebildeten Ripplets sind, Sinn machen. Wenn man die an die falschen Stellen klebt, senkt das eben nicht den Widerstand, sondern führt entweder zu mehr Verwirbelung und damit wieder zu mehr Luftwiderstand. Und das Zweite ist, dass man in einem so kleinen Bereich arbeitet, dass diese Ripplets dann auch entsprechend stabil sein müssen, obwohl sie so unfassbar klein sind, weil eben ein Sandkorn, was bei 800 Stundenkilometer diesen Flugzeug hat oder ein Staubpartikel, das darf das ja auch nicht beschädigen, weil damit wäre dann auch wieder dieser Strömungseffekt hinfällig und würde nicht mehr funktionieren. Nichtsdestoweniger forscht man bis heute sehr intensiv an diesem Thema unter anderem zum Beispiel auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist in diesem Bereich forschungstechnisch unterwegs und ein weiterer Aspekt, Alexander, das hattest du gesagt, auch für Sportler ist das nicht ganz unerhensichtlich. Ja genau, also meine erste Berührung sozusagen mit dem Themenkomplex war die Anzüge von professionellen Schwimmern und von tatsächlich Athleten, auch Olympia-Athleten, die im Bereich des Schwimmens unterwegs sind, dass eben da auch die Haihaut oder die Haischuppen-Struktur nachgeahmt wird, um eben den Wasserwiderstand zu verringern. Und auch das ist eigentlich schon eine ganz alte Entwicklung, die jetzt schon gut eine Dekade her ist, dass das versucht wird, wie gut das letztendlich funktioniert und ob das wirklich so viel Sinn macht oder eben doch auch ein wenig Magie-Wunsch ist, bleibt mal umstritten. Die Idee ist eigentlich ganz gut und es ist halt die Frage, ob es insgesamt an allen Stellen funktioniert. Auch hier sind natürlich wieder die Strömungsverhältnisse insgesamt und Verwirbelung sehr, sehr entscheidend, ob dann so ein Anzug tatsächlich hundertprozentig funktioniert oder nicht. Aber hier... Genau, aber es ist natürlich auch schön zu sehen und auch sehr sinnvoll, wenn wir versuchen, von der Natur zu lernen. Das gibt es ja in ganz, ganz vielen Bereichen, dass wir versuchen, von Eigenschaften, die verschiedene Tiere haben und sozusagen das Beste herauszupicken und dann für unsere eigenen Belange weiterzuentwickeln. Unschön wird es immer dann, wenn Tiere dafür leiden müssen, aber wenn man sie dafür erforscht und diese Forschung dann zum Wohle der Menschen und hoffentlich auch zum Wohle der Umwelt einsetzt, dann hat das natürlich sehr viel Gutes. Und das ist ja auch einer der Gründe, es gibt ja Menschen, die dem Thema Umweltschutz oder dem Thema Aussterben von Tierarten im Grunde genommen immer mit dem Argument begegnen, naja, das hat es ja immer gegeben, das ist der Weg der Natur und entweder sterben die aus oder wir als Menschen sterben aus und dann will ich lieber, dass die Tiere aussterben und wir bestehen bleiben. Das Problem dabei ist aber tatsächlich, wenn wir jetzt schon sagen, dass die Haifische in einigen Populationen, also in einigen Arten von Haifischen sich des Aussterbens mitunter immer mal wieder auch schon fast angenähert haben und die Populationen immer kleiner werden, das sind halt Tiere, von denen man solche Dinge lernen könnte, wo man erforschen könnte und wenn die Tiere dann aber erst einmal ausgestorben sind, kann man es eben nicht mehr und je nachdem, wie wir uns auch technologisch weiterentwickeln, kann es ja irgendwann sein, dass ein weiteres Tier plötzlich etwas hat von Natur ausgegeben, was man vielleicht kopieren könnte und von dem wir dann profitieren können. Insofern ist immer so die Frage, sollte man nicht eher versuchen, die Natur zu schützen in dem Maßstab. Jetzt mal abgesehen davon, dass man das sowieso sollte. Dafür mal nutzen, genau, aber das ist so ein Aspekt, der dafür spricht, eben darauf zu achten, dass die Tiere nicht auch sterben, weil man tatsächlich auch wirklich als Menschheit davon profitieren kann und gerade auch das Thema Kerosin sparen, CO2 sparen, also ob man denn fliegen muss, sagen wir, hin und her gestellt und dass man weniger fliegen sollte und dass es ja auch mitunter geht, stellen wir ja gerade aktuell ja auch fest, aber wenn man denn dann schon fliegt, dann doch möglichst effizient und da wäre natürlich hier die Haihaut eine der Ideen. Ja, also das mal dazu. Interessant fand ich dann auch persönlich, als wir angefangen haben zu recherchieren, die Frage, also Fische sind ja eigentlich alle Kaltblüter, aber man stellt erstaunlicherweise fest, dass gerade der weiße Hai und dann sind wir wieder beim großen weißen, gar nicht so wirklich ein Kaltblüter ist, sondern im Grunde genommen der weiße Hai sehr, sehr dicht an einem warmen Blüter dran ist und das fand ich dann auch wieder sehr, sehr interessant. Ja, also er kann seine Körpertemperatur sozusagen sehr, sehr gut regeln und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, wenn man sich sein Verhalten anguckt, dass er also eine konstante Körpertemperatur zum Beispiel halten kann, weil er sich in unterschiedlichen Wasserschichten und damit auch in unterschiedlich warmen Schichten bewegt. Das heißt also, wenn er seine Beute eher in tieferen Tiefen verfolgt, dann muss er natürlich irgendwie in der Lage sein, die Körpertemperatur etwas zu erhöhen und wiederum, wenn er weiter an die Oberfläche schwimmt, dann kann er sie eben weiter dahingehend regulieren, wo es wärmer ist. Also das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil es einfach auch zeigt, wie wahnsinnig gut der weiße Hai an seinen Lebensraum angepasst ist. Genau und er macht das. Es gibt ein paar Haiarten, die sogenannten Makrelenhaie, so heißen sie, indem er die Wärme, die entsteht, wenn er seine Muskeln bewegt, mit extrem kleinen Arterien und Venen ableitet, der hat eine Art Wärmetauschsystem eingebaut und diese Wärme wird nach innen geleitet, zum einen in den Verdauungstrakt, zum anderen aber auch zum Beispiel die Kiemen und die Augen kann er in Anführungsstrichen heizen und die Muskeln werden nicht so kalt und das hat eben den Vorteil, dass er auch in größerer Tiefe mehr Kraft aufwenden kann und das Problem, was kaltblütige Haier haben, sage ich mal, wenn sie dann so ein Tier wie eine Robbe jagen wollen, oben ist das Wasser warm und die Robbe schwimmt oben, dann versucht er sie zu attackieren, die Robbe haut ab und geht tauchen, die Robbe ist in der Lage, als Säugetier warmblütig die Temperatur hoch zu halten, die Muskeln warm zu halten und sehr, sehr schnell zu fliehen und je tiefer es bergab geht, würde der weiße Hai dann irgendwann nicht mehr in der Lage sein, hinterher zu kommen und dadurch kann er eben auch in größeren Tiefen noch schnell und effizient seine Muskeln einsetzen und ist im Grunde genommen fast sowas wie ein Warmblüter, seine Körpertemperatur ist in der Lage, konsequent auf 26 Grad zu halten und das ist schon auch ziemlich eindrucksvoll. Also das zeigt halt auch natürlich, dass innerhalb der verschiedenen Hai-Arten die Evolution hier unterschiedliche Wege gegangen ist. Auch was die Atmung angeht, also weiße Hai, die zum Beispiel, das wusste ich auch nicht so ganz, dass die quasi schwimmen zum Atmen über die Kiemen. Er muss schwimmen. Genau, dass es aber auch Hai-Arten gibt, die das eben nicht unbedingt müssen, die auch sozusagen im Ruhezustand aktiv Wasser durch die Kiemen leiten können. Genau, also ein weißer Hai würde in der Tat ertrinken, wenn er nicht schwimmt. Das heißt, die schlafen schwimmenderweise. Das ist ziemlich verrückt, weil sie nicht aktiv dafür sorgen können, dass Wasser an den Kiemen vorbeiströmt und nur dann können sie ja den Sauerstoff aus dem Wasser herausziehen. Bei den kleineren häufigen Bodenhaien, die es so gibt, die können durchaus durch Muskelkontraktion dafür sorgen, dass Wasser an ihren Kiemen vorbeigepumpt wird und die schlafen dann, das sind so die kleineren Riffhaie, solche Arten, die können dann tatsächlich liegend am Grund schlafen und pumpen dann einfach aktiv das Wasser an ihren Kiemen vorbei. Übrigens vielleicht noch bei der Gelegenheit zwei Haiarten, die man nochmal ansprechen kann, die da auch aus der Art herausschlagen, nämlich einmal der Riesenhai und dann auch der Walhai, tatsächlich die beiden größten Haiarten, deswegen heißen sie auch so. Das sind beides Haie, die im Grunde genommen beim Walhai, steckt es schon fast im Namen drin, so arbeiten wie die großen Walfische, die ja eigentlich Säugetiere sind, ihr merkt schon, Wale, nämlich die ernähren sich von Plankton, das heißt die sieben das Wasser raus und das, was dann hängen bleibt, bei den beiden übrigens an den Kiemen, das schlocken sie dann runter und davon leben sie, bei den Walen, also den sogenannten Bartenwalen, die haben ja dann die Barten, so hornige Platten im Maul und daran bleibt das Plankton hängen und beim Walhai und beim Riesenhai bleibt es dann an den Kiemen, am Kiemengeflecht hängen und dann können sie das runterschlucken, also die beiden sind zwar riesengroß, sind aber tatsächlich für gar keine Tiere außer eben dem, das Plankton eine Gefahr, weil die gar keine Zähne haben, um zu beißen, auch da die sehen aber beeindruckend aus, sehen sehr, sehr beeindruckend aus, kann man sich mal anschauen, gerade auch so Videos von Menschen, die mit Walhallen tauchen, absolut eindrucksvoll auf jeden Fall. Das bestimmt auch jetzt für 3D. Walhaie habe ich noch nicht gefunden, aber andere Haie schon. Vielleicht noch ein letzter Aspekt, den ich ganz interessant fand, wenn wir über den weißen Hai sprechen, dass der nämlich seine Energie im Grunde genommen durch Fett in der Leber speichert, das fand ich auch extrem interessant, Haie, weiße Haie insbesondere, die liegen zum Teil bis zu 4000 Kilometer zurück, also wirklich Ozeanüberquerungen sind da gar nicht ungewöhnlich und da fressen die gar nicht so viel, das ist ganz interessant, sondern die fressen eher so in Küstennähe, nämlich eben die Robben, da habe ich ja schon ein paar Mal drüber gesprochen und die lagern aber nicht Speck an irgendwo, sondern beim weißen Hai ist es so, dass das in die Leber geht und zwar Fett in die Leber, die klassische Fettleber, die wir natürlich als Menschen vermeiden wollen und beim weißen Hai kann sie, wenn er dann richtig voll gefressen ist, bis zu 90% aus reinem Fett bestehen die Leber und insgesamt kann sie gut ein Viertel des Körpergewichts ausmachen, also da kriegt man eine Dimension bei so einem riesigen weißen Hai, wie groß die Leber da ist und ein weiterer Aspekt der da relevant ist, das ist nämlich dass Haie nicht wie andere Fische Schwimmblasen besitzen, also so kleine Gasblasen, die für Auftrieb sorgen, sondern auch hier ist die Fettleber eher so der Auftriebsmotor innerhalb eines Haifisches, die Haie dafür nutzen können, dann Auftrieb zu generieren und ich fand das einfach so interessant, weil hier ein Organ im Grunde genommen komplett anders funktioniert und auch hier sieht man wieder wie so die Evolution und die Natur sich ein System gebaut hat, um das Leben unter Wasser sinnvoll zu gestalten. möglichst effizient zu sein. Ja. Vielleicht zum Schluss nochmal der Hinweis, wer wie wir Haie absolut faszinierend findet und eben auch, obwohl es faszinierend ist, dieses Bild vom bösen weißen Hai, was wir so im Kopf haben, mal popkulturell zu untersuchen, der Meinung ist, dass Hai eigentlich schützenswerte, ganz wundervolle Tiere sind, der kann solche Organisationen wie zum Beispiel Four Ocean unterstützen, die haben es sich zum einen zur Aufgabe gemacht, Plastik aus dem Meer zu fischen, also die sind da sehr, sehr effizient und sehr, sehr gut drin, überall auf der Welt sozusagen das Meer von Plastik zu befreien, weil es natürlich, wie wir alle wissen, Unmengen von Plastik im Meer gibt und zum anderen unterstützen sie auch die Bewahrung verschiedenster Tiere unter anderem, auch der Haie und man kann dann so ein Armband da käuflich erwerben, was aus eben diesem Ocean Plastik gefertigt wurde und damit auch gleichzeitig was Gutes tun. Genau und wir kriegen keine Provisionen. Nein, nein, das ist jetzt wirklich auf meinem eigenen Mist gewachsen, diese Werbung, Achtung, Achtung, nehme ich wirklich auf eigene Kappe, weil ich solche Projekte ganz toll finde. Genau, es liegt ein bisschen an, dass deine Schwester gerne kitet und sich gerne im Wasser befindet und gerne Wassersportlerin ist und für Menschen, die dem Wasser nahe stehen und dem Meer nahe stehen, sind das halt coole Geschenke, die man machen kann. Genau. Solche Armbänder, das ist dann irgendwie, dann tut man was Gutes, verschenkt ein Armband und schützt ein wenig den Lebensraum. Ja. Ja, kann man mal erwähnen. Ja, also soviel zum Thema Haie, faszinierendes Thema. Wir werden euch eine ganze Reihe von von Links zum Lesen reinschmeißen, auch ein paar Dokus, wir können euch auch mal eine Doku reinstellen, eine sehr, sehr aktuelle Doku, wo es um die großen fünf Haifische geht, gibt es auf YouTube und werden dann entsprechend auch noch mal eine Doku aus dem Jahr, weiß ich gar nicht, 1983 oder von wann die war, euch verlinken, wo das Bild des Haies noch ein wenig anders dargestellt wurde. Wer uns in den sozialen Netzwerken folgt, bei Instagram hat das Foto gesehen, was so ein klassisches 80er Jahre Fernsehfoto ist. Von Peter Benchley übrigens. Genau, das ist nämlich der Autor des Romans Jaws, den man da sieht auf diesem Bild und schaut euch mal die beiden Dokus an, dann seht ihr auch, wie auch die Dokumentationssendungen in ihrem Ton dann noch mal in etwas mehr als 30 Jahren, fast 40 Jahren dann sich noch mal komplett geändert haben und wir können euch da nur ermutigen, euch das anzuschauen, wer irgendwie so eine Google Cardboard oder sowas hat oder vielleicht sogar eine VR-Brille zu Hause hat, es gibt zahllose Videos, wo man mal in Anführungsstrichen mit Haifischen tauchen kann, kann man auch mal machen, dann sieht man auch mal, wie groß diese Tiere sind, das ist auch ziemlich eindrucksvoll. Genau. Und wer sich wundert, warum wir jetzt gar nicht den Megalodon angesprochen haben, den es übrigens nicht gibt aktuell, zu dem haben wir eine eigene Folge gemacht und zwar Folge Nummero 193 war das. Genau, die hatten nämlich auch den schönen Titel Megalodon lebt und da beschäftigen wir uns mit dem Thema und sind da schon einmal tief abgesunken in das Thema. Genau, also da gibt es noch ein bisschen mehr Haifische bei Hoaxilla. Und Sharknado haben wir immer noch nicht gesehen, das müssen wir auch mal irgendwann. Du wolltest nicht, du hast nach 20 Minuten keine Lust mehr gehabt. Das müssen wir ändern. Ich wollte mir das, ich war jetzt aber auch nicht so böse, dass wir das aussehen. So, dann lösen wir doch manchmal die Story der Woche auf. Das ist unverfänglicher. Das ist unverfänglicher, als jetzt über Sharknado zu reden. Bitte liebt uns trotzdem, wenn wir auch den Film nicht so toll fanden. Kann das Anschauen von Horrorfilmen tatsächlich Übergewicht vorbeugen und damit eine sehr, sehr unterhaltsame, wenn auch vielleicht etwas gruselige Art darstellen, wie man schön Kalorien verbrauchen kann. Also, im Grunde genommen stimmt diese Geschichte zumindest dahingehend, dass es eine Studie gibt, die diesen Zusammenhang untersucht. 2012 ist das Ganze durch die Medien gegangen und auch danach immer mal wieder. Kurioserweise am 28. Oktober 2012 ist in The Telegraph eine Meldung darüber aufgetaucht. Und zwar wurde diese Studie, um die es da geht, vom Film Miet-Service-Love-Film, der mittlerweile zu Amazon gehört, durchgeführt. Und die haben tatsächlich mal geguckt, wie das mit dem Kalorienverbrauch ist während des Anschauens von Horrorfilmen. Was man jetzt aber dazu sagen muss, und wir alle haben inzwischen viel mehr gelernt, was wissenschaftliche Studien angeht und was gute Studien und was schlechte Studien sind. Diese Studie hat eine sehr, sehr kleine Stichprobe. Die haben nämlich mal gerade zehn Leute untersucht und haben auch, haben zwar quasi die Daten insofern erhoben, dass sie sich den Puls angeguckt haben und dann auch den Kalorienverbrauch angeguckt haben, aber das hätte man, wenn man es doch wissenschaftlicher hätte haben wollen, ganz anders aufziehen müssen und viel, eine viel größere Stichprobe haben müssen und viel mehr Daten über einen ganz anderen Zeitraum erheben müssen. Also man hat festgestellt, dass der Kalorienverbrauch vielleicht geringfügig ansteigt im Gegensatz dazu, wenn man 90 Minuten lang einfach nur so da sitzt, dann ist natürlich, wenn man ab und zu mal eine Schrecksekunde hat bei einem Horrorfilm der Adrenalinspiegel steigt, schon ein etwas höherer Kalorienverbrauch zu beobachten, aber jetzt auch nicht so super beeindruckend und insofern ist diese Studie absolut mit Vorsicht zu genießen und auch nicht so ganz ernst gemeint, geht eher in Richtung so ein bisschen PR zu Halloween und das würde ja auch mit dem Stichtag 28. Oktober zur Veröffentlichung zusammenpassen. Insofern Vorsicht bei solchen merkwürdigen Studien, wir kriegen ja immer wieder in der Öffentlichkeit mit, wenn solche Studien in die Medien kommen und dann irgendwie als Wundermittel oder als Durchbruch als wissenschaftlicher beworben werden, also da ist meistens dann irgendein Haken dabei, so auch hier. Also wer wirklich Kalorien verbrauchen will, der sollte Sport machen und nicht Horrorfilme gucken, obwohl man natürlich Horrorfilme gucken kann, wenn man das gerne möchte, das ist sonnenklar, aber zum Abnehmen oder Gewicht halten oder Übergewicht vorbeugen sind andere Dinge dadurch wirklich wesentlich zielführender. Ich weiß jetzt nicht, ob eventuell Dienstag in einer großen deutschen Tageszeitung stehen wird. Podcasterin kritisiert Studier. Es geht nicht um das Coronavirus insofern. Es hat die Gefahr vielleicht im Augenblick nicht ganz so groß. Genau. Gucken wir mal. Ja, schön. Also für all diejenigen, die sich jetzt schon gefreut haben, gesagt haben, ich gucke so viele Horrorfilme. 24 Stunden am Tag, dann klappt das auch. Die jetzt irgendwelche Horrorfilme, Streaming-Kanäle abonnieren wollten. Die Horrorfilm-Diät. Wenn das nicht so despektierlich wäre, hätte ich ja gefragt, ob das eine Studie der Brigitte ist oder so. Also ich meine, diese Diäten, die da immer angepriesen werden. Aber lassen wir das. Und man darf natürlich auch kein Popcorn essen währenddessen. Ist auch schlecht, ne? Oder Chips. Ja, ganz schlecht. Wie kriege ich jetzt von da den Bogen noch dahin, wo ich eigentlich hin will? Kriege ich nicht, deswegen mache ich es jetzt einfach so. Ich muss noch etwas, ich muss noch etwas Werbung machen. Ich kriege da nichts dafür, dass ich die Werbung mache. Ich will es aber gerne ansprechen. Es gibt ein mittelneues Buch, es gibt es schon ein paar Tage länger, von Markus Völter. Markus Völter hat ein Buch geschrieben, das heißt Once you start asking. Und jetzt sagt der eine oder andere, Wer ist Markus Völter? Und Markus Völter ist einer der beiden Macher des Omega Tau Podcasts. Den haben wir das ein oder andere Mal hier schon erwähnt. Omega Tau ist ein Podcast, der sich mit, sozusagen sie selber Science and Engineering beschäftigt. Da geht es viel um Luftfahrt, es geht aber auch um Raumfahrt und es geht um andere spannende technische Themen. Den Podcast gibt es tausend Jahre schon, würde ich behaupten. Und der ist einfach sehr, sehr gut. Für alle diejenigen, die des Englischen nicht ganz so mächtig sind, ist das ein kleines Problem, weil gelegentlich die Folgen eben nur auf Englisch erschienen sind. Wer damit kein Problem hat, dem sei Omega Tau, ich habe das schon immer mal wieder in den letzten Jahren erwähnt, wärmstens ans Herz gelegt. Es gibt so ein paar Highlights-Folgen, How We Flew to the Moon, rund um die Apollo-Mission. Da hat er zwei Interviews mit einem Buchautoren gemacht. Es gibt eine Folge, wo mit einem Space Shuttle Piloten gesprochen wurde und auch nochmal sehr ausführlich über die Funktionalität des Space Shuttles gesprochen wurde. Großartig, großartig, großartig. Schöne Grüße nochmal an der Stelle an Markus. Und jetzt eben hat er ein Buch geschrieben und ich werde das in meinem Urlaub lesen, weil Podcaster, die Bücher schreiben, können mitunter dann auch recht lange Bücher schreiben. Und das ist wirklich ein, ich habe es als digitales Buch, es ist auf Englisch neu erschienen und es hat mehrere Kapitel und ich will ganz kurz euch sagen, worum es in den Kapiteln geht. Es geht nämlich einmal um Sophia, das fliegende Infrarot-Teleskop, was wir ja seinerzeit hier in Hamburg auch mal besucht haben und da das ein oder andere Interview führen durften. Es geht darum, mit der HMS Enterprise den Ozean zu kartografieren. So ist der Titel, den ich jetzt mal on the fly auf Deutsch übersetze. Es geht um Segelflugzeuge und andere Flugmaschinen. Es geht in einem Kapitel über die Entdeckung oder die Detektion, so muss ich sagen, der Gravitationswellen. Es geht um große Teleskope und damit meine ich nicht ein großes Teleskop, sondern tatsächlich die Big Telescopes, also wo viele Teleskope zusammengeschlossen werden. Es geht um Modellierungen in Wissenschaft und Engineering und Models im Allgemeinen und am Ende geht es um große Maschinen vor very small scales, so schreibt er es und dahinter verbergen sich natürlich die Teilchenbeschleuniger, die größten Maschinen der Welt, die dann im Grunde genommen die kleinsten Teilchen, von denen wir wissen, entdecken. Das Buch ist dick. Das Buch ist, ich habe es zumindest schon mal an vielen Stellen quer gelesen, hochinteressant geschrieben. Sicherlich für diejenigen, die ein bisschen mehr technisch und auf Ingenieursebene an Dingen interessiert sind, zu empfehlen. Und ich werde das einfach verlinken und kann es nur empfehlen, weil das wirklich, wirklich gut ist. Und wenn es auch nur in Teilen, wenn ich es ganz gelesen habe, sage ich da gerne noch mal, was du die Qualität des Omega Tau Podcasts habt, dann habe ich euch da auch keinen Mist empfohlen. Also insofern kann ich das jedem. Schöne Empfehlung. Genau. Der eine oder andere hat vielleicht ja auch ein bisschen mehr Zeit zum Lesen, weil man nicht mehr so viel ins Kino kommt oder andere Dinge machen kann zurzeit. Jetzt habe ich Werbung gemacht, jetzt hast du Werbung gemacht. Die Huxeler Heizdecken gibt es übrigens in unserem Webshop. Dieser Podcast wird erst dann aufhören. Wir werden jetzt so lange weiterreden, dass ihr alle die Huxeler, nein, das natürlich, wird es natürlich nicht geben. Wir danken allen, allen, allen wieder erneut, die uns unterstützen auf allen Ebenen, die uns mit Storys unterstützen, die uns hier mit der Aufklärung der Story der Woche unterstützt haben, die gesagt haben, haltet mir, ist das passiert und zwar nicht nur einmal. Ich weiß nicht, ob großartig jetzt das richtige Wort ist. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr uns das geschickt habt, diesen Hinweis. Genau und das Feedback auf allen Ebenen. Vielen Dank natürlich auch für diejenigen, die uns finanziell unterstützt haben und dabei ganz unabhängig davon, ob ihr uns einen Euro, zwei Euro oder sehr, sehr viele Euros gespendet, unterstützt oder überwiesen habt. Wir schauen mitunter sehr, sehr ungläubig auf Paper oder auf unser Geschäftskonto und sind da sehr, sehr dankbar für und wissen das sehr, sehr, sehr zu schätzen, dass ihr uns so tragt und insofern können wir euch auch beruhigen. Die ganzen Specials, die erscheinen, sind Specials, die sind on top, die machen uns Spaß, die machen Tommi Krabbeis Spaß, die sind eine Gelegenheit für uns mit liebgewonnenen Kolleginnen und Kollegen zu podcasten. Wir sehen uns. Das ändert aber nichts an Hoaxilla. Es wird nach wie vor zwei Folgen Hoaxilla pro Monat geben, so wie wir das seinerzeit angekündigt haben und dann gibt es halt mehr und wem das Special nicht gefällt, der muss ja nicht hören. Ihr müsst es ja nicht runterladen. Es ist ein Angebot und für all diejenigen, die uns aber geschrieben haben, dass sie die Specials gut finden, dass sie hoffen, dass das noch ordentlich so weitergeht. Das liegt im Wesentlichen natürlich daran, wie viel Zeit Tommi hat, wie viel Spaß wir alle haben, wie viel Zeit wir haben, wie viele Themen sich anbieten, aber im Grunde genommen haben wir auch noch Lust, diese Gesprächsrunde weiterzuführen. Lust auf die Specials, Lust auf Hoaxilla und das ist natürlich eurer lieben Unterstützung auch geschuldet. Also es wird auf jeden Fall weitergehen mit jeder Menge Content. Und Talking of Specials, es werden heute zwei Folgen erscheinen, nämlich nicht nur wird diese Folge, die ihr jetzt gerade zu Ende gehört habt, erscheinen. Es geht immer noch weiter, bis die Heizflächen gekauft sind. Sondern natürlich auch die Twitch-Sendung vom letzten Dienstag wird heute wieder auf dem Sonntag erscheinen. Das heißt, ihr habt jetzt auch für den morgigen Feiertag, ist der bundesweit. Pfingsten ist bundesweit, glaube ich. Also habt ihr alle wahrscheinlich morgen frei. Ich und meine Kindes, wir wohnen hier oben im heidnischen Norden, wir haben deutlich weniger Feiertage als alle anderen, aber ich glaube, Pfingsten ist bundesweit. Wie dem auch sei, habt ihr im Zweifelsfall für morgen dann auch noch ein Special zur Verfügung, was ihr hören könnt. Bleibt gesund, alles Gute und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Hoogseller-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wie das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach. Durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Bis zum nächsten Mal.